wie ich immer wieder weggeklippt werde wenn ich mich hinters steuer setzen will es geht bestimmt theoretisch so wo lauf ich denn hin dahin dahin puccingi ruins also wenn das nicht ach schüsse von den häusern bei dem wir waren ja liegt offen hockt auf der wiese bei den häusern wo wir waren aber er ist halt einfach viel zu dumm zu treffen ok ich nehme alles zurück ich hab mir erste hilfe koffer kommt jetzt angerückt und sein kuppel hinterher die haben echt in den häusern gewartet ich hab halt nur meine ump ohne side ohne alles wo der hat gesessen die sitzen halt jetzt dahinter ok jetzt mache ich die richtig sicker action was denn revolver hält ich guck erstmal wie weit ich so werfen können pass auf it's high noon rechts mitkommen oder was schade so ich habe mich mal ein bisschen näher ran gerobbt durch den durch den rauch weil das huren söhne sind und von der anderen seite ich weiß genau wo die sitzen vorne am traktor jo einer sitzt auf jeden fall vorne am traktor die wissen halt nicht dass ich deutlich näher schon gekommen bin ja die wissen auch nicht dass ich hier schon bin überlegt ob ich da jetzt revolver helden mäßig rangehe und beide extrem viel kassiert na nummer eins ist ausgenockt er wird jetzt versuchen seinen kuppel zu retten hab ihn beide tot ja er ist zu seinem kumpel gerannt und ich habe ihn unter dem ding lang erschossen also wir sind halt also pass auf ich sage nicht wir sind gut oder werden besser aber wir werden definitiv besser wir werden vor allem unfassbar taktisch er hat eine k der eine die darfst du gerne haben günstiger dann gehen dann dann